Hallo Freunde, heute am Sonntag, den 21. September 2014, war ich mal wieder im Internet unterwegs, wie sonst auch. Und da finde ich doch glatt Bilder von den Georgia Guidestones in den USA, welche die meisten von euch kennen dürften. Dort ist ein Würfel herausgeschnitten worden, sieht aus als wäre es offiziell. Und ein Metallwürfel ist eingesetzt worden, mit zwei Zahlen drauf. Auf der einen Fläche, die nach vorne sichtbar ist, ist die Zahl 20. Und auf der rechten Seite davon ist die Zahl 14 eingraviert in diesen Metallwürfel. Ja, das war vor kurzer Zeit noch nicht so. Da war das Ganze unversehrt, sage ich jetzt mal. Natürlich haben immer wieder Leute was draufgesprüht oder Farbe draufgeschüttet. Nun, es ist auf der Seite vom Stein, wo die englische Sprache eingemeißelt ist. Direkt über dem, in Anführungszeichen, Gesetz, dass die Weltbevölkerung unter 500 Millionen gehalten werden soll, im Einklang mit der Natur. Über diesem Gesetz rechts. Ja, also gerade dieses Gesetz lässt einen aufhorchen, denn die Weltbevölkerung liegt ja jetzt so bei sieben Milliarden Menschen. Und das wäre eine Reduzierung um nahezu 90 Prozent. Wie das bewerkstelligt werden soll? Naja, Agenda 21 ist da ein Thema. Und Chemtrails dürften auch viele ein Begriff sein. Ja, da will ich euch noch den, der von Erich Kästner, dem Dichter, dessen Bücher bei der Bücherverbrennung im Dritten Reich verbrannt wurden. Der hat ein Buch rausgebracht, Gedichte für Erwachsene oder Ein Mann gibt Auskunft. Und das Gedicht, das letzte Kapitel, das solltet ihr euch mal anhören. Den Link dazu findet ihr unterhalb dieses Videos. Und da habe ich mir schon die Frage gestellt, war Erich Kästner ein Chemtrails-Whistleblower? Hat er da mehr gewusst? Tja, kann man nur spekulieren. Aber, wie gesagt, dieser Metallwürfel, der da jetzt eingesetzt wurde, der lässt einen auch nachdenken. Weil 20 und 14 ist die Zahl 2014. Hm, was könnte damit gemeint sein? Etwa, dass man im Jahr 2014 mit der Umsetzung dieser Gesetze, in Anführungszeichen, beginnt oder begonnen hat? Ja, schaut euch die Bilder selber mal an. Und würde mich interessieren, was ihr darüber denkt. Schreibt doch einen Kommentar drunter. Soviel für heute. Euer Michael von der Wahrheitsbewegung.